Hast du einen Grund? Es ist ein besonderer Anlass. Können wir reden? Du bist sehr schön. Das sind gute Neuigkeiten. Ich liebe dein Lächeln. Es ist ein grauer Tag. Sie sind sehr intelligent. Sie sind sehr intelligent. Du bist sehr talentiert. Du bist sehr talentiert. Du hast eine schöne Stimme. Du hast eine schöne Stimme. Es ist ein sonniger Tag. Es ist ein sonniger Tag. Du bist so nett. Du bist so nett. Ich mag deinen Sinn für Humor. Ich mag deinen Sinn für Humor. Es ist ein sehr schöner Strand. Es ist ein sehr schöner Strand. Du bist sehr kreativ. Du bist sehr kreativ. Ich muss mit ihnen reden. Ich muss mit ihnen reden. Es ist ein regnerischer Tag. Es ist ein regnerischer Tag. Es ist ein regnerischer Tag. Es ist eine heikle Situation. Es ist eine heikle Situation. Du bist sehr motiviert. Du bist sehr motiviert. Ich muss dich sehen. Ich muss dich sehen. Es ist ein windiger Tag. Es ist ein windiger Tag. Sie haben ein schönes Lächeln. Sie haben ein schönes Lächeln. Ich mag deine Denkweise. Ich mag deine Denkweise. Es ist ein verschneiter Tag. Es ist ein verschneiter Tag. Sie sind sehr verständnisvoll. Sie sind sehr verständnisvoll. Ich brauche einen Rat. Ich brauche einen Rat. Es ist ein sehr schöner Berg. Es ist ein sehr schöner Berg. Du hast einen guten Geschmack. Du hast einen guten Geschmack. Das hat mich eigentlich. Ich liebe deine sanfte Stimme. Ich liebe deine sanfte Stimme. Es ist ein verschneiter Tag. Es ist ein verschneiter Tag. Du bist sehr aufrichtig. Ich muss dich wiedersehen. Es ist ein wunderschöner Wasserfall. Es ist ein wunderschöner Wasserfall. Du hast eine schöne Seele. Ich mag deine Artikel. Es ist ein kalter Tag. Es ist ein kalter Tag. Du bist sehr fürsorglich. Ich brauche deine Meinung. Ich brauche deine Meinung. Es ist ein sehr schöner Wald. Es ist ein sehr schöner Wald. Du hast eine tolle Perspektive. Du hast eine tolle Perspektive. Es ist eine Idee. Es ist eine Idee. Du bist sehr leidenschaftlich. Du bist sehr leidenschaftlich. Du hast eine schöne Persönlichkeit. Du hast eine schöne Persönlichkeit. Ich brauche deine Unterstützung. Ich brauche deine Unterstützung. Es ist eine tolle Erfahrung. Du bist sehr hartnäckig. Du bist sehr hartnäckig. Du bist sehr hartnäckig. Ich mag deine Kreativität. Ich mag deine Kreativität. Es ist ein kühler Tag. Es ist ein kühler Tag. Und hier ist eine tolle� Untertitelung des ZDF, 2020